Ja, ich möchte gerne zu Anfang euch gerne ein paar Fragen stellen und wenn es auf euch zutrifft, dann meldet euch einfach mal. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden, stand vor dem Spiegel und hat gesagt, wow, was für ein toller Typ. Okay, wer von euch würde sagen, ist aktuell wirklich zu 100% mit sich und der Situation zufrieden? Also ich zeige nur, dass man sich melden soll, ob es jetzt tatsächlich stimmt, können wir gleich mal klären. Und die dritte Frage von mir ist, denkst du, du kannst in der Welt etwas bewirken? Okay, danke euch fürs Mitmachen. Achso, eine Frage habe ich vergessen. Wer denkt, was stellt er da vorne für komische Fragen? Okay, ja, was hat das mit einer Predigt zu tun? Ich möchte euch zu Beginn gerne zwei Versprechen geben für heute Morgen. Und da bitte ich dich, dass du gleich nicht wegschaltest, sondern dass du dabei bleibst, um auch das zu hören, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Ich möchte dir einmal das Versprechen geben heute, das C-Wort nicht zu verwenden. Ja, weil wir das alle schon oft genug gehört haben. Jeden Tag werde ich es heute nicht verwenden. Das zweite Versprechen, was ich dir gebe, ist, dass ich dir zu diesen Fragen, zu diesen drei Fragen, soweit die Antworten gebe, dass du zu allen drei Fragen tatsächlich Ja sagen könntest. Ist das nicht eine gute Botschaft? Und wenn du eine Frage vielleicht mit Nein beantwortet hast, dann ist es so, ja, ich möchte gerne diesen Morgen dazu nutzen, um zu überlegen, wie können wir eigentlich in uns einen inneren Frieden herstellen oder wie kommen wir eigentlich zu einem inneren Frieden, der auch dazu führt, dass wir nicht nur mit uns selber zufrieden sind, so wie die erste Frage das zum Beispiel erfragt hat, sondern auch das weitergeben können. Ja, dass wir in Harmonie leben und auch das weitergeben können. Und da möchte ich dich bitten, am Anfang entweder es dir zu merken oder ganz schnell irgendwie aufzuschreiben auf dem Handy oder irgendwie mit Blatt und Stift einmal für dich aufzuschreiben, wie würdest du den Begriff Frieden definieren? Wenn dich jemand fragt, erklär mir mal bitte, was bedeutet Frieden für dich? Schreib mal diese Definition jetzt für dich auf oder merk sie dir. Das zweite, was du dem merken sollst oder aufschreiben sollst, ist folgendes. Was ist denn das Gegenteil eigentlich für dich von Frieden? Ja, wenn wir heute von Frieden sprechen, was wäre das Gegenteil für dich? Wie in der Schule auch, gibt es immer zu wenig Zeit, um die Aufgaben zu beantworten. Ihr könnt sie gerne im Laufe der Predigt für euch noch aufschreiben und dann kommen wir gleich noch darauf zurück. Ich mag es ja sehr gerne, einfach mal Definitionen durchzulesen oder zu gucken, was denken eigentlich andere Leute über das, was ich spreche oder zu diesem Thema. Und da zitiere ich gerne mal auch Wikipedia und dort finden wir für den Begriff Frieden folgende Definition. Frieden oder Friede von dem Althochdeutschen Friedu, das bedeutet Schonung oder Freundschaft, ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Weiter steht da, der Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und Staaten, der den Krieg zur Durchsetzung von Politik ausschließt. Wenn deine Definition jetzt etwas besser geworden ist als die aus dem Wikipedia-Artikel, dann kannst du ihn gerne dort hochladen, aber ich glaube, in der Kürze der Zeit hätten wir es nicht so hingekriegt, eine solche Definition aufzuschreiben. Aber wie kann man diesen Begriff fassen? Um das zu verstehen, habe ich euch ein kurzes Video mitgebracht, das beschreibt, wie man diesen allgemeinen Begriff des Friedens irgendwie verstehen kann. Wie kommt man da hin? Welche Definitionen gibt es dazu? Den schauen wir uns einmal dazu an. Frieden, das wünschen sich Menschen auf der ganzen Welt. Aber was verstehen sie eigentlich darunter? Bedeutet Frieden, dass kein Krieg ist? Darauf können sich vermutlich die meisten einigen. Aber was ist der Unterschied zwischen Frieden und einem Waffenstillstand? Herrscht eigentlich in Deutschland Frieden? Wo fängt Frieden an und wo endet er? Fängt Frieden bei uns selbst an? Heißt Frieden, dass in meiner Familie nicht mehr ständig gestritten wird? Auch die Wissenschaft fragt sich, was Frieden eigentlich ist. Der norwegische Friedensforscher Johann Galtung hat zwischen negativem und positivem Frieden unterschieden. Negativer Frieden beschreibt den Zustand des Nichtkrieges, also wenn die Waffen schweigen. Viel komplizierter ist es, den positiven Frieden zu beschreiben. Denn davon gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Viele finden, dass Frieden mit Gerechtigkeit und Teilhabe zusammenhängt und dass es so lange Kriege geben wird, wie es Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Andere denken, dass man den Frieden am besten bewahrt, wenn man über genügend Waffen verfügt, weil potenzielle Gegner sich dann gut überlegen, ob sie wirklich einen Konflikt riskieren. Andersherum gibt es auch Kriege, die im Namen des Friedens geführt werden. Was Frieden ist, kann man also ganz unterschiedlich verstehen. Aber warum ist das wichtig? Nun, je nachdem, was jemand unter Frieden versteht, ergeben sich unterschiedliche Wege, ihn zu erreichen. Manche glauben, wenn alle Länder durch Wirtschaftsbeziehungen miteinander verbunden sind, verlieren sie das Interesse, sich zu bekämpfen. Andere argumentieren, Demokratie sei wichtig, weil demokratische Staaten bis heute nie gegeneinander Kriege geführt haben. Folglich sollten sich internationale Organisationen noch stärker für die Förderung der Demokratie einsetzen. Wieder andere glauben, man könne nur dann friedlich leben, wenn man sich abschotte und nicht in Konflikte verwickeln lasse. Zum Thema Frieden haben sich schon viele Menschen zu Wort gemeldet. Auf den ersten Blick sind diese Äußerungen oft sehr einleuchtend, aber bei genauerem Hinsehen findest du sicherlich Widersprüche. Während manche im Zusammenhang mit Frieden für Gewaltlosigkeit oder Pazifismus werben, setzen andere auf Abschreckung. Widersprüche dieser Art gibt es einige. Was bedeutet Frieden für dich? Und was versteht die Person, die gerade neben dir steht, unter Frieden? Ja, das hatte ich euch vorhin auch gefragt. Schreibt mal für euch eine Definition auf, was bedeutet Frieden für dich? Und vielleicht sind ein paar Dinge aufgetaucht in diesem Video, in diesem Erklärvideo, was du dir vielleicht für dich aufgeschrieben hast. Und vielleicht fühlen wir uns auch aktuell sehr hilflos, wenn wir dabei zusehen müssen, das kam ja auch in dem Video vor, wie unsere Welt vielleicht scheinbar unkontrollierbar immer noch schlechteren Zeiten entgegenschlittert. Das Problem des Unfriedens ist im Grunde eigentlich auch ein geistiges Problem und verlangt eigentlich auch irgendwie eine innere Erneuerung, dass wir dahin kommen, dass wir sagen können, okay, ich habe tatsächlich Frieden in mir. Aber geben wir ehrlich zu, das ist irgendwie kaum möglich. Das können wir von uns aus selber leider nicht bewirken. Ich habe natürlich auch für mich überlegt, ja, ich kann euch nicht einfach eine Aufgabe geben und dann mich davonschleichen und nichts dazu sagen. Wie würde ich inneren Frieden definieren? Und ich würde es so definieren. Im Einklang und in Harmonie mit sich selbst leben. Es ist erfahrbar als eine Art innere Ausgeglichenheit, eine Balance, eine Leichtigkeit und Gelassenheit, die sich vor allem in der Nichtbewertung, aber in der Annahme des eigenen Seins widerspiegelt. Eine völlige innere Ruhe, Zufriedenheit und auch Zuversicht. Ich habe, glaube ich, ein bisschen länger Zeit dafür gebraucht, das für mich aufzuschreiben. Das Video hat ja auch gezeigt, es gibt irgendwie viele Wege und Meinungen zu dem Thema Frieden. Wir haben ja heute Gottesdienst und ich würde gerne mit euch mal schauen, was sagt eigentlich die Bibel über dieses Thema? Also wie kriegen wir heraus, was Gott zu diesem Thema eigentlich sagt? Und dazu müssen wir gleich auch mal in die Bibel schauen und gucken uns einen Text an, der das auch erklärt. Wenn wir von der biblischen Seite her da rangehen, dann empfinden wir auch diesen Begriff Frieden sehr, sehr häufig. Der kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Shalom. Und wenn man dort mal eine Definition heraussucht, ja in einem Bibellexikon, dann sagen die, es ist nicht einfach eine Abwesenheit von Krieg, sondern es ist viel mehr. Es müsste ein umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft sein. Ein gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen zu anderen Menschen, zu sich selbst und zu Gott. Und das Wort Shalom, das stammt aus der altorientalischen Umwelt und bezeichnet den Zustand des Heilseins oder des Wohlergehens. Und dann gehen die noch einen Schritt weiter und sagen, okay, der innere Frieden, um den es ja heute geht, der hat auch noch eine tiefere Dimension. Und in die möchte ich mit euch gleich eintauchen. Der bedeutet nämlich nicht nur, dass man mit sich selbst, seiner Person und seinem Leben im Frieden ist, sondern im Frieden zu sein, bedeutet das auch, den inneren Frieden zu haben, mit etwas oder jemandem über das eigene Selbst auch Frieden zu haben. Ich wiederhole das nochmal. Wenn wir von inneren Frieden sprechen, dann müssen wir noch eine Dimension tiefer eintauchen, nämlich, dass es nicht nur bedeutet, dass ich mit mir selbst als Person, mit meinem Leben im Frieden bin, sondern Frieden zu sein, bedeutet auch, dass ich Frieden habe mit etwas oder jemandem, der über mein eigenes Selbst hinausgeht. Und dort möchte ich jetzt schon sagen, den inneren Frieden, von dem es ja heute auch geht, habe ich eigentlich letzten Endes und auch zutiefst erst dann, wenn ich im Frieden mit Gott bin. Wie ich zu dieser Aussage komme, da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen, weil das wird der Schlüssel sein für heute Morgen. Und damit kommen wir zu unserem Bibeltext, den ich hier auch von meinem Tablet ablesen werde. Der steht im Römerbrief, Kapitel 5, die ersten elf Verse. Die möchte ich gerne einmal vorlesen, die uns heute Morgen begleiten sollen. Römer 5, ab Vers 1. Du kannst gerne mitlesen oder auch bei mir einfach nur zuhören. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir auch dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde doch kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Aber Gott dagegen beweist uns seine große Liebe darin, dass er Christus sandte, seinen Sohn, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod des Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst jetzt, also erst jetzt, wo wir seine Feinde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. So viel erst mal der Bibeltext. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diesen inneren Frieden, den kriegen wir von alleine aus nicht hin. Wenn wir uns das mal ehrlich gestehen und darüber nachdenken, dann gibt es keine Möglichkeit. Wir sind innerlich einfach vom Grund auf eigentlich böse und eigentlich suchen wir Frieden mit Gott. Und es gibt bestimmt viele Menschen, denen ist das vielleicht auch bewusst, aber die können es nicht aussprechen, die können es nicht formulieren, weil in ihnen eine Sehnsucht drin ist, die irgendwie gefüllt werden möchte. Und da würde ich sagen, das ist der Friede mit Gott, der da fehlt. Denn wie soll ich einen Mensch wirklich mit anderen Frieden haben können? Wie soll ich mit mir selbst Frieden haben? Ja, und ein Leben im Frieden haben, wenn ich noch nicht mal mit demjenigen Frieden habe, der mich geschaffen hat und der mich am Leben hält. Darum sage ich, brauchen wir auf jeden Fall Frieden mit Gott. FMG. Warum brauche ich das? Man könnte sich ja fragen, Frieden, ich habe doch gerade irgendwie gehört, das könnte auch das Gegenteil von, oder Krieg ist Gegenteil von Frieden. Wenn du das für dich aufgeschrieben hast, könntest du dich doch jetzt fragen, stehe ich eigentlich im Krieg mit Gott? Und da würde ich sagen, ja, das sind wir tatsächlich. Denn Paulus hat in dem Kapitel geschrieben, dass wir ja tatsächlich Feinde Gottes sind. Ja, und einige Leute sagen dann vielleicht auch, dass sie mit Gott nichts anfangen können. Ja, die glauben gar nicht, dass es Gott überhaupt gibt. Sie lehnen ihn ab. Und dann gibt es auch andere, die einfach seine Existenz leugnen. Ja, und dann können wir doch sagen, wenn sie mit Gott hadern und ihm teilweise auch massive Vorwürfe machen für das, was ihnen passiert, dann stehen sie doch gewissermaßen auf Kriegswuss mit Gott. Sie sind dadurch Feinde Gottes. Das muss man einfach mal so klar ausdrücken. Und Paulus hat das auch geschrieben. Doch auch alle anderen Menschen, ja, die sich nicht ausdrücklich und auch bewusst gegen Gott stellen, sind im Grunde genommen von unserem, also vom natürlichen Wesen her Feinde Gottes. Ja, das haben wir vorhin gelesen, als wir noch seine Feinde waren. Und da muss ich mich mit einschließen. Und auch alle, die jetzt vielleicht zugucken und denken, was, ich stehe im Krieg mit Gott? Ja. Und Paulus schließt da alle mit ein. Er sagt aber auch, wir alle waren Feinde Gottes. Und das ist ein Unterschied. Und damit wir verstehen können, was er hier anspricht, müssen wir mal an den Anfang der Bibelgeschichte gehen. Ja, in 1. Mose Kapitel 3. Dort wird von den Stammeseltern, also von Adam und Eva erzählt, die mit Gott in einer Gemeinschaft gelebt haben, ja, die Freundschaft mit Gott hatten und alles in Harmonie war und das sich dann gekippt hat in eine Feindschaft gegen Gott, nämlich in eine Trennung. Wir wissen alle, was da passiert ist. Ja, Adam und Eva stellten sich gegen Gott. Sie wollten das, oder sie haben das einzige Gebot, was er ihnen gegeben hatte, haben die nicht beachtet, haben das übertreten, weil sie selber über ihr eigenes Leben bestimmen wollten. Sie wollten sein wie Gott. Und in diesem Moment wurden tatsächlich die ersten Menschen, wurden dann von Freunden Gottes zu diesen Feinden Gottes. Und diese Feindschaft gegen Gott, ja, diese Auflehnung gegen Gott und auch diese grundlegende Ablehnung finden wir ganz häufig auch bei uns in der Gesellschaft. Ja, und das haben sie uns traurigerweise mitvererbt. Und darum können wir sagen, sind eigentlich ausnahmslos alle Menschen von dem Ursprung her getrennt von Gott und stehen in dieser Feindschaft. Und das gilt für alle. Ja, und Paulus sagt, ich habe doch gar nichts gegen, sorry, das gilt auch für diejenigen, die sagen, ich habe doch gar nichts gegen Gott und tu doch auch nichts, was er verboten hat. Warum trifft er es jetzt auch auf mich zu? Ja, auch wenn wir es nicht verstehen können, sind wir in diesem Dilemma drin und können das irgendwie kaum aus unserem Leben räumen. Und damit wir dieses Dilemma ein bisschen verstehen, habe ich euch etwas mitgebracht, das uns das ein bisschen verdeutlicht. Ja, dass wir, wenn wir von dem Thema FMG, also Frieden mit Gott kommen und auch jetzt verstanden haben, ich lebe doch eigentlich in einer Feindschaft mit Gott, wie kriege ich das denn weg? Wie kann ich denn trotzdem meinen inneren Frieden finden? Wie komme ich dazu, dass ich die drei Fragen, die ich euch am Anfang gefragt habe, dann irgendwann doch mit Ja beantworten kann? Und dazu habe ich euch einen sogenannten Spiegel mitgebracht, ja, einen Stand Spiegel. Meine erste Frage war ja, vielleicht erinnert ihr euch, wer stellt sich gerne vor den Spiegel und sagt, yo, was für ein toller Typ bist du eigentlich? Ich glaube, das machen die wenigsten von uns. Und damit wir verstehen können, welches Dilemma wir haben, habe ich den Spiegel mitgenommen, weil auch in der Bibel steht, dass wir Menschen als Ebenbild geschaffen wurden oder Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott jetzt vor dir steht quasi und eigentlich sein Ebenbild sehen möchte, haben wir durch das, was uns ausmacht, also diese Feindschaft gegen Gott, ja, diese Sünde, das, was unser Leben bedreckt, haben wir auch unseren Spiegel quasi bedreckt oder verdreckt. Das heißt, Gott kann sein Ebenbild, was er geschaffen hat. Ja, wenn er dich geschaffen hat, dann hat er sich ja was dabei gedacht. Kann er dich nicht sehen, weil das zwischen uns steht. Und das ist das Dilemma, was wir haben. Ja, diese Feindschaft gegen Gott. Und seid ehrlich, wenn ihr vor so einem Spiegel stehen würdet, ja, ihr wollt euch eben schnell die Haare machen, bei mir geht das relativ schnell, aber andere brauchen da etwas länger für, dann denkt ihr auch, hä, was soll das? Und da gibt es ja nur eine Sache, um das zu beheben. Da kommen wir gleich drauf zurück. Wir verstehen hoffentlich erst mal dieses Dilemma. Und das ist auch dieser Unfrieden, der in vielen Menschen drin ist. Die sehen sich nach etwas, nach einem Gegenüber, nach dem Göttlichen, was sie erschaffen hat, aber sie können es kaum fassen. Und das letzte Wort hier nämlich, hat auch wieder das Evangelium des Friedens unter Versöhnung mit Gott. Ich lese nochmal diese Passage vor, die ich vorhin schon erwähnt hatte, aus dem Römerbrief. Sind wir nun aus Glauben gerechtfertigt oder gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott. Das habe ich vorhin gelesen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden, durch sein Leben. Also gibt es doch die Möglichkeit zum Frieden mit Gott. Ja, zur Überwindung dieser Feindschaft. Und das ist das, was ich gleich euch zeige am Spiegel, ja, was Jesus Christus bewirkt hat, hier auf dieser Welt, als er als Sohn Gottes gekommen ist. Ja, was ist das für eine tolle Botschaft, wenn ich hier von vorne sagen kann, ja, du kannst auch Frieden mit Gott kriegen. FMG, auch für dich. Ja, und dann kommen wir zu dem inneren Frieden. Und wichtig dabei ist, dass wir auch verstehen, dass das nicht von uns auskommt, dass diese Initiative von Gott ergriffen wurde und auch das, dieses Friedensangebot von Gott kommt. Ja, er selbst ist es, der uns das ermöglicht, mit ihm in Frieden zu leben, und zwar durch seinen Sohn, den er auf die Erde gesandt hat. Römer merkt, wir haben es nicht verdient, dass wir diesen Frieden kriegen. Wir können uns darum bemühen, Gutes tun und denken, ja, ich bin der tollste Typ, ja, wenn ich in den Spiegel schaue, aber du hast leider diesen Frieden mit Gott nicht. Du kannst ihn dir nicht verdienen. Und als wir noch Feinde waren, schreibt ja Paulus auch, Gott jedoch zeigte seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist diese Wirkung des inneren Friedens. Wenn wir uns den Spiegel anschauen, habe ich gesagt, ihr kommt auch ganz schnell auf die Idee zu sagen, wenn ich mich selber da drin sehen möchte, muss ich den sauber machen. Ja, wenn ich den sauber wische, dann kann ich erkennen, erst mal, wer ich eigentlich tatsächlich bin, und gebe Gott wieder die Möglichkeit, sein Ebenbild, ja, wie er dich geschaffen hat, auch in dich oder in dir wieder zu erkennen. Ich mache erst mal nur den oberen Bereich sauber. Ja, und wenn ihr jetzt in den Spiegel schaut und versteht, dadurch, dass ich den Dreck quasi ausgeräumt habe aus meinem Leben, das, was irgendwie hindert, dass Gott sein Ebenbild in dir sieht, dann hast du diese Harmonie wieder. Ja, das heißt, du siehst dann Gott als deinen Schöpfer und hast das, was zwischen euch steht, ja, durch diesen Spiegel, ja, durch diesen verdreckten Spiegel konntest du dann Frieden mit Gott kriegen. Aber dieses Wegwischen, das machst ja nicht du. Ja, das sind ja nicht wir. Das habe ich ja jetzt nur gezeigt. Das Wegwischen, das hat Jesus Christus übernommen, als er am Kreuz gestorben ist. Ja, für unsere Sünden, für den Dreck, den wir dort haben. Ja. Ja, und er hat das durch seinen Tod getan und wir haben auch gelesen, sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott, ja, und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Frieden, den ich dann habe, ja, die Harmonie, das heißt, die Sehnsucht, die dann gefüllt ist, wenn du dich fragst, was ist das eigentlich, wonach ich suche oder warum bin ich so unzufrieden, dann kann ich dir sagen, dann ist es dieses FMG, ja, dieser Frieden mit Gott. und wenn ich dann im Frieden mit Gott bin, ja, wenn ich mit Gott versöhnt bin, dann kann ich auch zum Frieden mit mir selbst finden, ja, und dann kann ich mich versöhnen mit mir selber, mit meinem Körper, mit meinem Charakter oder auch mit den problematischen Wesenzügen, die ich an mir entdeckt habe, mit meinen Unfähigkeiten, wo ich denke, ich bin der größte Loser oder mit meinen Misserfolgen, ja, mit den Hochs und Tiefs im Leben, kann ich dann Frieden schließen. Anders gesagt, wie könnte ich eigentlich noch bitter sein oder unzufrieden, mich selber verachten oder anklagen, wenn Gott, mein Schöpfer, es nicht mehr tut, ja, wenn er durch das Wegwischen des Drecks auf den Spiegel sein Ebenbild wieder sieht, ja, wie in Harmonie sind, wie kann ich es mir anmaßen, dann noch zu sagen, dass ich mich selber verklage, und in den Spiegel schaue und denke, was bist du für ein Loser? Gott sieht uns im Spiegelbild wieder und ich sehe mich durch Gottes Augen wieder und das Dritte, das, was durch die Säuberung des Spiegels quasi entsteht, ist, dass das Umfeld, das heißt, die Leute, die auch jetzt in den Spiegel schauen können, ja, die sehen vielleicht auch Gott durch mich, das müssen wir auch feststellen, ja, das heißt, wir haben eigentlich drei Komponenten und das hat Gott dadurch bewirkt, das haben wir im Römerbrief gelesen. Und ich möchte noch einmal gerne zu dem Spiegel zurückkommen, ja, ich hatte den ja als Bild verwendet und möchte euch fragen, was ist denn jetzt nun die stärkste Kraft gegen diesen Frieden, den wir von Gott empfangen dürfen? Ich habe ganz am Anfang gefragt, was wäre für euch das Gegenteil von Frieden? Ja, sagt ihr sofort Krieg, dann hatte ich den Begriff der Unzufriedenheit mit reingenommen, jetzt würde ich gerne den Spiegel nochmal nutzen, um eigentlich tatsächlich auch für mich so die stärkste Kraft gegen diesen Frieden noch anzusprechen. Wäre es die Unzufriedenheit? Ja, wäre es der Krieg? Wäre es vielleicht, ja, all das, was ihr vielleicht auch im Film gesehen habt? Was wäre jetzt vielleicht deine Antwort? Was hast du für dich aufgeschrieben? Passt das jetzt noch in dem, was wir gerade gehört haben? Ich würde gerne noch eine Komponente dazu nehmen, nämlich, ich denke, dass die Kraft des Egoismus oder des Egozentrismus eigentlich die Kraft ist, die mein Frieden in mir auch ersticken kann. Obwohl ich vielleicht auch Christ geworden bin und mit Gott lebe, ist das die Gefahr, die immer noch bestehen bleibt. Das heißt, wenn ich in den Spiegel schaue und die Frage von Anfangs vielleicht mit Ja beantwortet habe, ja, wenn ich denke, was für ein toller Typ bist du, frage ich dich, ist die Antwort bei dir Ja gewesen, weil du so egoistisch bist oder ist bei dir die Antwort Ja gewesen, weil du weißt, dass Gott dich liebt als Ebenbild und du stolz darauf bist, vielleicht Kind Gottes zu sein? Ja, wenn die stärkste Kraft gegen den Frieden eigentlich der Egoismus ist, ja, wie kann man das dann eigentlich noch quasi das noch irgendwie oder dagegen noch angehen, dann ist für mich das Letzte und dann komme ich auch gleich zum Schluss, das, was wir mit dem Egoismus vielleicht haben, wo wir den Kampf auch noch in uns haben und dadurch vielleicht auch nicht den inneren Frieden empfinden, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo viele über Social Media noch publik gehen, ja, wie kommen wir dazu, dass dieser Egoismus uns nichts leitet oder verleitet zu Dingen, die wir nicht machen wollen und das ist die Liebe, ja, der Heilige Geist, der in uns ist, der birgt einige Früchte und dazu, das können wir auch in der Bibel nachlesen, in Galater 5, unter anderem aber auch den Frieden und die Liebe und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal in den Spiegel schaut, dass du dich überlegst oder dass du zu dir sagst, du bist ein Friedenstifter, wenn der Heilige Geist in dir wohnt und du es zulässt, dass Gott in dir sein Ebenbild wieder sieht, ja, dass der Dreck weggewischt wurde und dann möchte ich dich fragen, wenn du vorm Spiegel stehst, frag dich das auch selber, welche Kraft in mir gewinnt eigentlich, wenn ich da reinschaue. Ist es die Liebe, die durch den Heiligen Geist auch den Frieden in die Welt bringen kann, in dein Umfeld oder ist es vielleicht der Egoismus, der dafür sorgt, dass du unzufrieden bist. Gott schenke dir seinen Frieden, wenn du über diese Worte nachdenkst und ich hoffe, dass uns das klar wird, wie wir zu diesem inneren Frieden kommen. Ich habe euch auch bewusst offene Fragen gelassen, die ihr selber durchs Nachdenken vielleicht auch füllen könnt und wir möchten jetzt noch zusammen ein Lied singen. Amen. 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 Vielen Dank.